Sich einvernehmlich einigen und dann geschlossen in den Wahlkampf ziehen, das war der Plan der Union für die Kür ihres Kanzlerkandidaten. Aber daraus wurde nichts mehr als eine Woche, nachdem es eigentlich eine Entscheidung für CDU-Chef Laschet oder den CSU-Vorsitzenden Söder geben sollte, ist die K-Frage weiter offen. Die Union steckt mittendrin in einem öffentlich ausgetragenen Machtkampf, den die beiden Schwesterparteien eigentlich vermeiden wollten. Jüngstes Kapitel. Die Junge Union hat sich gestern mit großer Mehrheit hinter Söder gestellt. 14 von 18 Landesvorsitzenden sprachen sich für den bayerischen Ministerpräsidenten aus. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union Kuban hatte sich zuvor auf die Seite Laschets gestellt. In den Tagesthemen begründete er seine Entscheidung. Ich habe am Montag im Bundesvorstand gesagt, dass Armin Laschet ein starkes Verhandlungsmandat braucht und dass er am Ende entscheiden muss, ob er selbst antritt oder Markus Söber die Kanzlerkandidatur anträgt. Ich persönlich muss sagen, ich traue ihm zu, dass er weiß, was das Beste für die Union und auch für Deutschland ist. Aber natürlich innerhalb der Jungen Union gab es diese Woche viele, viele Gespräche und viele Mitglieder, die sich auch gewünscht haben, dass ein Stimmungsbild von der Jungen Union nach draußen trägt. Und das haben wir heute Abend eingefangen aus den Landesverbänden. Aber dieses Stimmungsbild, das hätten Sie Armin Laschet nicht nur noch vergangenen Montag bei der Vorstandssitzung irgendwie andeuten können, anmelden können? Oder hatten Sie das Gespür noch für Ihre eigene Truppe noch nicht? Ich persönlich halte es weiterhin für richtig, dass wir uns am Montag auch sehr klar hinter Armin Laschet gestellt haben. Ich stehe auch weiterhin fest zu meiner Aussage und halte es weiterhin auch für richtig, dass die beiden sich gemeinsam einigen und Armin Laschet dann überlegt, ob es das Richtige ist, anzutreten selbst oder aber eben Markus Söder die Kanzlerkandidatur anzutragen. Helfen Sie uns auch noch mal zu verstehen, wie das Ganze gekommen ist Anfang der Woche. Da sagt eben Herr Söder, er ziehe ohne Groll zurück, wenn er keine breite Unterstützung der CDU habe. Sie lesen das also jetzt auch so wie er, dass Präsidium und Vorstand, wo Sie auch mit drin sitzen, eben nicht für die breite CDU stehen? Er hat am Sonntag gesagt, dass sowohl die Parteiführung als auch die Fraktion, als auch die Mitglieder gehört werden müssen und dass es ein Stimmungsbild aus der CDU braucht. Die Junge Union hat heute ein Stimmungsbild von ihren Mitgliedern, aus einem Gefühl heraus der Landesvorsitzende, die in der letzten Woche viel telefoniert haben, heraus abgegeben. Das heißt aber, dann steht die Union künftig immer nur noch für das, was vielleicht auch populistisch abgestimmt wird und nicht mehr repräsentativ von den Gremien und jetzt auch von den Führenden der Partei ausgelegt wird? Die Parteiführung ist gewählt und das ist auch richtig und ich stehe auch dazu. Zu dem, was ich gesagt habe, habe ich vorhin schon klar gemacht und genauso werden das die vielen anderen tun, die im Bundesvorstand sind. Aber natürlich werden Sie auch im Laufe der letzten Woche noch mal expliziter nachgefragt haben, wie denn die Stimmung an der Basis ist. Es gab viele Kreisvorsitzendenkonferenzen in der Jungen Union wie auch in der CDU und da gibt es natürlich dann auch ein Stimmungsbild, was man dann am Ende auch deutlich machen sollte gegenüber Markus Söder und Armin Laschet. Also das Stimmungsbild bei der Jungen Union ist deutlich. Später am Abend haben sich dann auch noch einmal die Kandidaten selbst getroffen. Laschet und Söder haben mit ihren engsten Vertrauten gut dreieinhalb Stunden im Bundestagsgebäude zusammengesessen. Michael Stempfle in Berlin. Ist denn von diesem Treffen irgendetwas nach draußen gedrungen? Nein, diejenigen, die wissen, was da besprochen wurde, die halten sich zurück. Was wir wissen ist, dass es um 13 Uhr eine Sitzung geben wird, eine Sitzung der CSU-Spitze in Bayern. Und dann wird man sicherlich da noch mal mehr erfahren. Die CDU-Spitze kommt, soweit ich bislang weiß, nicht zusammen. Und dann wird es am späteren Nachmittag gegen 16 Uhr noch mal eine Fraktionsvorstandssitzung geben. Da wird man sicherlich jetzt einfach drauf gucken müssen, was dort besprochen wird, was dann eben danach auch darüber gesagt wird. Das ist so das, was jetzt ansteht. Alles andere ist Kaffeesatzleserei zum jetzigen Zeitpunkt. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Aber könnte es denn sein, um weiter im Kaffeesatz zu lesen, dass es eine Entscheidung gibt und diese nur noch abgestimmt werden muss? Oder sind die Fronten weiter verhärtet und keiner der Kandidaten gibt nach? Also es ist so, dass meine Informationen besagen, dass Armin Laschet nicht eingeknickt sei. Das ist das, was ich jetzt vor diesem Gespräch noch mal erfahren habe. Was das aber heißt, ist in der Tat offen. Die Sorge, die natürlich über allem schwebt, ist, wie lange will man das fortführen? Es könnte eine Abstimmung geben in der Fraktion morgen. Und die einen fänden das ganz gut, weil sie sich daraus was versprechen. Die anderen sagen, das ist aber gar nicht das richtige Gremium. Wir können doch nicht ein Gremium entscheiden lassen, das gar nicht dafür zuständig ist, einen Kandidaten zu wählen. Und die Sorge, die da eben da ist, ist, dass es am Schluss zwei gibt, die eben immer mehr beschädigt werden in dem ganzen Verfahren. Und wenn ein abschließendes Ergebnis zum Beispiel morgen gar nicht akzeptiert würde, würde das ja immer so weitergehen. Dann würden immer mehr Unions-Landesverbände zusammenkommen und dann vielleicht auch ein Votum abgeben, wo immer irgendeine Mehrheit für einen der beiden Kandidaten ist. Und das kann beiden am Ende ja nicht guttun. Wenn Sie diese Beschädigung ansprechen, jetzt mal unabhängig davon, wer es wird. Also würde dieser Kandidat nach diesem öffentlich abgehaltenen Machtkampf nicht äußerst geschwächt auch ins Rennen um das Amt des Kanzlers gehen? Also Sie haben ja den Unterschied zu den Grünen schon dargestellt in dem Gespräch davor. In der Tat ist das die große Frage. Dann wird wieder natürlich auch debattiert werden müssen, wie geschlossen sind sie dann? Also wie stark kann der Unterlegene dann dem Gewinner zur Seite stehen? Wie stark unterstützt er den auch? Oder wird es danach vielleicht weitere Spitzen geben? Das ist ja nochmal die nächste Frage, die dann aufkommt. Also ich glaube, vieles wird dann auch von der Geschlossenheit abhängen, die dann beide Lager eben zeigen, wenn eine Entscheidung irgendwann mal gefällt ist. Sollte sich der bayerische Ministerpräsident durchsetzen, dann wäre Armin Laschet als CDU-Chef hochgradig angeschlagen. Und das ja nicht mal drei Monate nach seiner Wahl. Das wird sich die Partei doch eigentlich kaum leisten können. Das stimmt. Das erklärt ja auch, warum viele in der CDU da ratlos sind, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass man in diese verfahrene Situation gekommen ist. Es gilt aber am Ende für beide Seiten. Also der, der unterliegt, wird sozusagen beschädigt sein. Und da wird man sich irgendein Konzept überlegen müssen, wie man aus der Nummer rauskommt. Und das ist jetzt schon klar. Die Frage ist ja nur, wie weit treibt man das noch und wird man das jetzt heute oder morgen entscheiden? Oder wird es möglicherweise noch in so einer Salami-Taktik-Geschichte, wie mir das heute Morgen einer gesagt hat, immer weitergehen? Das kann ja sozusagen nur zum Schaden der Union sein. Das wolle man eben auch verhindern in beiden Lagern. Nur um es nochmal klar zu machen, wenn Sie sagen, heute oder morgen entscheiden. Also heute gibt es diese diversen Sitzungen, die Sie eingangs angesprochen haben. Morgen dann diese Fraktionssitzung. Das wäre dann die nächste Chance auf Einigung. Genau, das muss man sich so vorstellen, dass beide Lager natürlich jetzt versuchen zu werben für jeweils ihre Interessen. Man kann im Prinzip sagen, dass das Laschet-Lager nicht scharf ist auf so eine Abstimmung und dass man diese Abstimmung verhindern möchte. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass zumindest bis vor kurzem das Söder-Lager durchaus Interesse daran hatte. Ich glaube, dass jetzt sozusagen nach dieser vergangenen Nacht die Dinge sich auch nochmal neu gestaltet haben können. Da müssen wir einfach auch warten, was dann am frühen Nachmittag aus München an die Öffentlichkeit dringt und dann vielleicht auch nach der Fraktionssitzung am Nachmittag. Und dann wird man da sicherlich nochmal ein bisschen mehr wissen. Möglicherweise gibt es ja dann heute doch schon eine Entscheidung. Aber es ist auch an der Stelle wieder Kaffeesatzleserei. Wir warten mit Ihnen. Wenn es was gibt, sagen Sie es uns und wir geben sofort weiter. Michael Stempfle, erstmal vielen Dank nach Berlin. Danke auch. Umso mehr haben wir doch die Möglichkeit, uns die Kandidaten noch mal genauer anzugucken. Die Unterstützer von Armin Laschet, die haben stets betont, als CDU-Vorsitzender habe er das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur der Union. Doch schlechte Umfragewerte lösten Diskussionen aus, ob er wirklich der Richtige sei, um für die Nachfolge von Kanzlerin Merkel ins Rennen zu gehen. Im Januar hatte sich Laschet gegen seine Mitbewerber Merz und Röttgen bei der Wahl zum CDU-Vorsitz durchgesetzt. Der Höhepunkt seiner bisherigen politischen Karriere. Es ist gut drei Monate her. Armin Laschet übernimmt die Spitze der CDU, Sieg gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Der Vorsprung knapp, aber es reicht. Laschet war mit dem Versprechen angetreten, die Strömungen in der Partei zusammenzuführen. In einer sehr persönlichen Rede hatte er auch mit der Bergmannsplakette seines Vaters gepunktet. Er hat gesagt, sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Heute geht es um sehr viel. Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage. Wem vertrauen? Mitte der 90er Jahre war Laschet im Bundestag Teil der Pizza Connection, in der sich Unions- und Grünen-Abgeordnete trafen. Später zieht er ins Europaparlament ein. Seit 2017 Landesvater Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Als neuer CDU-Chef hat Laschet kürzlich seine Ideen für das Wahlprogramm präsentiert. Er will ein Modernisierungsjahrzehnt einleiten. Aufstieg durch Bildung für jeden unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Außerdem Klimaschutz und Industrie ausbalancieren. Ich will Klimawohlstand. Das bedeutet, dass wir eine bessere Welt hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Mit erfolgreichen Unternehmen und sicheren Arbeitsplätzen. Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur sehen ihn manche als den Problemkandidaten der Union. Laschets Unterstützer dagegen beschreiben ihn als Kämpfer. Und wenn sein Konkurrent Markus Söder auf die Umfragen verweist, kontert das Laschet-Lager mit dem Sieg bei der Landtagswahl in Düsseldorf über Hannelore Kraft gegen alle Umfragen. Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt. Das hat mich übrigens bisher erfolgreich geprägt. Merkel und Laschet. Ihr Amt ist sein Ziel. Soweit Armin Laschet. Jetzt zu Markus Söder, der immer gesagt hat, mein Platz ist in Bayern. Damit hat er versucht, Diskussionen über seine Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur zu zerstreuen. Doch politischen Beobachtern war immer klar, wenn Söder die Chance bekommt, als Unionskandidat in die Bundestagswahl zu ziehen, dann kann er nicht Nein sagen. Bislang gab es nur zwei Kanzlerkandidaten der CSU, Edmund Stoiber im Jahr 2002 und 1980 Franz Josef Strauß, den Söder als sein politisches Vorbild bezeichnet. März 2018. Markus Söder am Ziel seiner politischen Träume. Bayerischer Ministerpräsident. Alles in seiner politischen Vita führt auf diesen Tag hin. Mit 16 tritt der Nürnberger in die CSU ein. Mit 27 zieht er in den Landtag ein, wird Chef der Jungen Union. Knapp zehn Jahre später macht sein Mentor Edmund Stoiber ihn zum Generalsekretär. Danach wird er Europaminister, dann Umweltminister und schließlich Chef des mächtigen Finanzministeriums. Die Konfrontation wird sein Markenzeichen. Hardliner und Scharfmacher wird er genannt. Seine Replik? Wenn man nur einen Mainstream-Politiker, wenn man nur einen Politiker ist, die politische Korrekten ist zuoberst anstellt, dann ehrlich gesagt wird man auch relativ schnell wieder verschwinden. Der Jurist und ausgebildete Fernsehjournalist Söder weiß, wie er sich präsentiert, wie er mit Bildern Politik macht, überlässt nichts dem Zufall. Der Markus Söder ist sicherlich ein Politiker, der schon sehr machtbewusst ist. Mit Seehofers Rückzug ist Söder im Wahlkampfmodus. Ziel, die absolute Mehrheit in Bayern verteidigen und konservative Wähler von der AfD zurückholen. Später sagt Söder, er habe den Landtagswahlkampf 2018 als politische Nahtoderfahrung wahrgenommen, Fehler gemacht. Als Ministerpräsident in Koalition mit den Freien Wählern muss er zusammenführen, schlägt landesväterliche Töne an. Wir müssen einander wahrscheinlich besser zuhören. Und wir müssen versuchen, die Argumente des anderen ernster zu nehmen. Mit Corona wird Söder zum Kümmerer und Krisenmanager, geht entschlossen voran, beschwört aber die Einigkeit im Bund. Es gilt die Binsenweisheit, die Krise ist die Stunde der Regierenden. Söder so beliebt wie nie. Als Krisenmanager ganz oben auf der Kommandobrücke zu stehen, das ist eine Position, wo er meint, das ist maßgeschneidert für ihn. Und schließlich sagt Söder selbst im letzten Jahr nur, wer Krisen meistert. Wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen. Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur werden ihm da schon lange nachgesagt. Aber sein Platz sei in Bayern, betont er immer wieder. Doch dann überrascht er. Ich bin bereit zu dieser Kandidatur. Und wenn die CDU das in breiter Mehrheit unterstützt, dann glaube ich, ist das okay. Wenn die CDU eine andere Entscheidung fällt, dann würde ich das natürlich akzeptieren. Die CDU-Spitze positioniert sich hinter ihrem Vorsitzenden Laschet. Die K-Frage scheint gelöst. Aber Söder legt nach, will in die Basis hineinhorchen. In der Unionsfraktion kämpfen beide dann mit offenem Visier, bekunden jeweils aber, zu einem guten Ergebnis kommen zu wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017